Mit eurer dritten Frage fragt ihr nach Freifunk. Freifunk finde ich richtig cool. Ich habe in Halle selbst in meinem Wahlkreisbüro einen Freifunk-Router stehen, der zumindest Teile der Straße abdeckt und damit freien Zugang zum Internet ermöglicht. Wir haben auch mit unserem Wirtschaftsministerium schon seit einigen Jahren eine Förderung von Freifunk-Initiativen im Land, um tatsächlich den digitalen Ausbau voranzutreiben und ich finde das wichtig und richtig und daran wollen wir auch festhalten. Vielen Dank.